Hey du da oben, bring mal den Müll raus, wenn du Wäldchen hast. Hey du da oben, bring mal den Müll raus, wenn du Wäldchen hast. Das bedeutet, dass du den Müll rausbringen sollst. Was genau ist der Müll? Der Müll ist nicht das, was sich in deinem Papierkorb auf dem Desktop befindet, wo du einfach nur Papierkorb lehrend drücken musst. Nein, damit ist der Müll gemeint neben diesem Eimer, der links oder rechts neben deinem Schreibtisch ist. Der Schreibtisch ist das Ding, worauf dein, äh, dein, was machst du da? Hast du überhaupt Müll? Moment, wieso hast du da kein Müll? Was machst du denn immer mit dem, ach, ach, vergiss es. Hey du da oben, räum mal dein Zimmer auf, das sieht aus wie Sau. Hey du da oben, räum mal dein Zimmer auf, das sieht aus wie Sau. Das bedeutet, dass du die Gegenstände in deinem Zimmer oder auch Items, die du mit der Zeit gehortet hast, sortierst, ordnest, nach Größe, Nutzbarkeit, was dir einfällt. Also solltest, ich glaub ja nicht, dass du das verstanden hast, aber mal gucken, was draus wird. Ah, ich hab's gewusst. Vergiss es. Ey du kannst zur Abwechslung auch mal was saugen, du faule Stück Scheiße. Das bedeutet, dass du ein Gerät mit einem langen Schlauch, äh, ein mechanisches Gerät mit langem Schlauch, nimmst, um damit den Boden zu säubern. Dieses mechanische Gerät haben wir schon mal in deinem Zimmer vorbereitet, da wir ja nicht ewig Zeit haben. Und nun nimmst du den Schlauch, das gerätest, schalte das, was, ach, vergiss es. Du beschissenes, faules Stück Scheiße. Wenn du nicht in 5 Sekunden irgendwas Sinnvolles und Nützliches in diesem Haushalt tust, dann schmeiß ich deinen Router aus dem Fenster. Du beschissenes, faules Stück Scheiße. Wenn du in 5 Sekunden nicht irgendetwas Sinnvolles und Nützliches in diesem Haushalt tust, schmeiß ich deinen Router aus dem Fenster. Das bedeutet, dass sie in höchster Wahrscheinlichkeit in spätestens einer Minute kein Internet haben werden. Das bedeutet, dass sie in den Schlauch ist, wenn sie in den Schlauch haben. Das bedeutet, dass sie in den Schlauch in Spätestens.